herzlich willkommen zur sechsten folge probably nothing es ist in den paar tagen wieder viel passiert dank an snoopy 007 traveler paddy und old watch die sich einen super seierlum gekauft haben und diesen kanal damit unterstützen mein dank ist over 9000 tangle pay hat eine partnerschaft mit tangle swap angetreten damit könnte man im defi bereich bald wohl auch tangle pay benutzen in der letzten folge habe ich schon über die neue webseite berichtet da stand auch schon dass man bald tangle swap mit tangle pay verbinden könnte die partnerschaft kommt also nicht überraschend hans moog hat ebenfalls einen interessanten tweet abgesetzt welchen man aber mit vorsicht genießen muss zumindest das was die zeitangaben angeht hans war auf einem forschungs gipfel und auf diesem wurde erörtert wie und in welchen schritten der core decide in den kommenden monaten in das menet eingeführt werden soll betonung liegt ja auf kommenden monaten er denkt dass die ersten teile von gushima auf hiv umgestellt werden können das haupt ziel ist aber den code aufzuräumen es wurden über 30.000 code zeilen geändert ein interessanter artikel über die übersicht von iota wurde auf more than digital dot info veröffentlicht dieser artikel richtet sich in erster linie an menschen die zum ersten mal von jota hören am 19.05 hat iota auch den neuen tangle explorer veröffentlicht die neue version hat viele neue funktionen und verbesserungen neue inhalte auf den adressen und nachrichtenseiten wie qr code transaktionsverlauf ein navigationsleiter meilensteine ein dark mode und vieles mehr jelen millenar hat dazu noch einen tweet abgegeben dass man mit dem neuen explorer seine eigenen erstellten di dies gut beobachten kann eine neue partnerschaft zwischen assembly und chromie wurde beschlossen chromie ist ein lateinamerikanischer nft anbieter wir können gespannt sein was dich ergeben wird der community mitglied kalli der einen schönen pixel nft sammlung hat veröffentliche sein letztes werk welches man ab heute kaufen kann aber laut seinem tweet der is one last thing die ganzen iota nerds kollektion widmet er dem probably nothing projekt das heißt wer diese pixel nerds erwirbt unterstützt damit auch gleichzeitig diesen youtube kanal das ist eine unglaublich großzügige geste für die ich mich bedanken kann damit habe ich nicht gerechnet und zeigt wie offenherzig die community ist checkt die tollen charaktere aus es sind noch einige da es wird auch nie wieder eine kollektion von kali geben schade hinterlasst auf twitter oder hier in den kommentaren viel liebe für ihn kali danke 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 am ende der letzten folge kam holger köther noch mit einer neuen anwendung daher und jetzt bestätigt er dass der iota token für mikrotransaktionen benutzt werden kann ein weiterer anwendungsfall reiht sich in das große ökosystem ein landex war letzte folge ein großes thema kein risk hat sich die tokenomics angeguckt und eine analyse betrieben das rating gibt ein grünes signal leider ist es aber nicht ersichtlich wie die gewichtung funktioniert und damit schwer zu beurteilen ob es wirklich grün ist schaut es euch selber an sagt eure meinung aber wie gesagt seid vorsichtig dominik schiene veröffentlichte am 18.5 ein blog artikel auf cointelegraph crypto erlebt wipeshift was bedeutet der stimmungswandel für die branche in diesem artikel geht es um die geopolitischen entwicklungen die dieses jahr passiert sind und wie dieses sich auf die crypto währungen entwickelt haben dieser artikel beschäftigt sich jetzt nicht direkt mit iota dennoch interessant zu lesen da hier auch die politischen auswirkungen angesprochen werden und die ethische sicht der twitter user ich aus 20 40 hat eine infografik über schirmacy getwittert diese ist wie immer voller information und gibt einen schnellen überblick über das projekt der veröffentlichte am 13 mai 2022 ein artikel über ihre dcf technologie das data confidence fabric kurz dcf bietet eine standardisierte methode zu qualifizierten screenen messen und bestimmen ob daten eines unternehmens den vertrauensstandard und relevanz erfüllen ziel sei der markt der emissionszertifikate der momentan anfällig für fälschungen oder gar doppelverkäufen sei beispielsweise berichtet bloomberg dass etwa 30 prozent der unternehmen in verschiedenen branchen nicht übereinstimmende daten in mindestens eine emissionskategorie haben und die financial review berichtet kürzlich dass bis zu 80 prozent der von der regierung ausgegebenen emissionszertifikate fehlerhaft oder nur schein sind jetzt dürft ihr dreimal raten welche technologie dell gewählt hat um die daten vertrauenswürdig zu handeln wer jetzt deutsch coin shiba oder floki coin im sinn hatte kann jetzt ausschalten wer allerdings auf den tangle getippt hat liegt hier richtig das projekt von timson labs welches in folge vier erwähnt wurde wird den start der plattform für den mai anvisieren es sind also noch ein paar tage bis wir die börsen und ihre wallets beobachten können das zweite geheime projekt von soon labs wurde veröffentlicht hierbei handelt es sich um ein spiel mit dem namen escape from planet fee das spiel folgt soon man und seinen freunden dann nachdem sie durch ein wurmloch gesaugt werden und auf einem planeten wie abstürzen mit einem kaputten raumschiff und wenig ressourcen erkennt das team dass sie mit dem aufbau von grund auf beginnen müssen sie beginnen mit bergbau und gartenarbeit und vorräte zu sammeln natürlich gibt es auch feinde und kämpfer wie die kämpfe ausgetragen werden wie der marktplatz funktioniert und wie viele kämpfer man am anfang kostenfrei bekommt erfahrt ihr alle im blog artikel von soon labs auch die tokenomics werden in diesem artikel vorgestellt ein release datum wurde nicht bekannt gegeben am 26 mai findet eine konferenz statt wie man ein digitales drs fand system im globalen maßstab entwickelt und einsetzt eingeladen sind verpackungshersteller markeninhaber einzelhändler verbraucher regierung und regulierungsbehörden digital drs ist ein neuer ansatz für pfandrückgabensysteme der durch die digitale verfolgung von verbraucherprodukten ermöglicht wird jens münch ist für die iota foundation vertreten weiter sind gs1 us die firma ketzler recycler und die ddrs alliance dabei diese konferenz ist kostenfrei iota foundation veröffentlichte auch einen neuen blog artikel das iota governance forum in diesem wird das governance forum hervorgehoben da dieses forum ein wichtiger schritt für die zukunft ist wo man später auch neue abstimmungen in der firefly wallet veröffentlichen kann ist dieser artikel längst fällig das iota café wurde hierfür umstrukturiert in iota governance forum tanglebay veröffentlicht eine neue version seiner swarm software alle die eine note besitzen und diese über swarm laufen lassen sollten diese updaten vielen community mitgliedern ist die wallet tanglepay bekannt jetzt würde tanglepay dass sie eine prüfung durch cedrick durchführen lassen wollen damit wird die app in vielen augen sicherer und würde mehr vorteile ausräumen auch das dritte geheime projekt wurde von sun labs veröffentlicht dabei handelt es sich um eine partnerschaft mit tanglepay man wird damit seine sun token in der wallet ablegen können und direkt neue token über tanglepay kaufen können wer sich für die digital identifiers interessiert sollte den gastbeitrag bei tangle labs von danny kree lesen diese umfangreiche artikel zeigt die momentane situation also den web 2.0 und der zukunft neuigkeiten gibt es auch von community treasure governance es geht um die kürzlich durchgeführten test abstimmung in einer offenen beta und diese sind gut angekommen firefly ist so gut wie fertig es wird quasi nur noch poliert und dann gibt es ein update ich schätze wohl eventuell diese woche sogar danach kommt die erste abstimmung auch wer eine note betreibt kann sich an der abstimmung beteiligen die vollständige konversation könnt ihr auf youtube angucken feintech magazine.com hat ein interview mit sankar krishan evp und branchenleiter für banken und kapitalmärkte bei cup gemini geführt auf die frage ob es eine bessere alternative zu blockchain gibt sagt er folgendes es gibt mehrere brancheninitiativen wie r3 corder die ein peer to peer modell für die erstellung von transaktionen und anderen dlt technologien wie hashgraph iota tangle und so weiter verwenden traditionell große technologie unternehmen haben auch verteilte datenbanken verwendet die ohne eine blockchain funktionieren können das bankenwesen hat iota also auf den schirm das ganze interview findet ihr in der beschreibung wer keine übersicht mehr hat welche nfts was machen ob sie überhaupt seriös sind und was man davon halten soll sollte den artikel von iccd lesen dieser beschäftigt sich mit dem dyor dem do your own research ansatz in dieser artikel serie geht es um die punkte die man selber abhacken kann wenn man in ein projekt investiert den basics also wie man beispielsweise tokenomics bewerten kann könnte in den nächsten artikeln erwarten im zweiten artikel geht es schon an das eingemachte dort wird eine tabelle zur verfügung gestellt an der man sich runter handeln kann und das projekt in das man investieren will bewerten kann diese artikel ist für alle pflicht ein altes community mitglied baut gerade eine web 3 anwendung mit iota den screenshot der auf twitter geteilt hat sieht sehr interessant aus falls die blockchains schon integriert sind die man auch sieht wird diese anwendung wellen schlagen wir sind gespannt was und vor allem wann die nächste info kommt gestern hat adam unchained ein neues update für sunaverse plattform vorgestellt und zwar das erweiterte suchen im tweet ist auch ein video wo man das ergebnis besser sehen kann da sunaverse schon gefühlt aus allen nähten platz ist diese kleine komforthilfe sehr willkommen tanglesi schickt euch wieder in die schule sie möchte ein defi training anbieten mit qualifizierten trainern das training startet am ersten juni auf discord und ist für alle kostenlos kostenlose nachhilfe sehr gern weiter geht's mit lernen am 30 mai gibt es die erste session iota dao pioneers hier lernt man alles über dao es sind keine vorkenntnisse nötig alle sind willkommen und es ist kostenlos das war's mit folge 6 danke für das zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten folge macht's gut